Hallo und herzlich willkommen zurück zu Green Hell. Wir starten diesmal schon im Ladebildschirm, denn dann ist noch alles ein bisschen entspannter und wir können uns erstmal in Ruhe begrüßen. Ich hoffe, dir geht's gut und du freust dich so wie ich auf die nächste Folge. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt mir ein paar Kommentare wieder mal geschickt, auf die ich auch gleich eingehen werde. Was haben wir heute vor? Wir wollen heute aufbrechen zu Lambda 2 und auf dem Weg habt ihr geschrieben, soll ich doch gleich schon mal nach den Zutaten für den Zaubertrank, ich glaube Ayahuasca oder so. Ausschau halten, das werden wir gleich tun. Dann müssen wir die später nicht nochmal sammeln, wenn wir denn dann mal unseren Geist etwas erweitern wollen. Ja, jetzt erstmal heißt es wahrscheinlich Tiger klatschen, oder? Ne, heißt es nicht. Es ist Nacht. Unser Grafikpack ist immer noch da. Wie spät ist es? 3.40 Uhr. Es ist nicht so die ideale Zeit, um aufzubrechen. Freunde, es ist wieder mal soweit. Wir sind in der grünen Hölle. Bolle vs. Wild. Mal gucken, wie lange wir es aushalten. Sieben Tage, ne? Sieben Gegenstände. Mittlerweile haben wir zum Glück ein bisschen mehr als sieben Gegenstände. Wollen wir nochmal schlafen, bis Tag ist? Ne. Eigentlich sind wir ja gut ausgerüstet, ne? Eigentlich sind wir gut ausgerüstet. Ach, ich habe noch was geschrieben, genau. Wenn wir verdorbenes Fleisch haben... Haben wir verdorbenes Fleisch? Ne, haben wir nicht. Dann kann man das sammeln und wenn man das dann sammelt, dann hat man daraus wohl Maden, die man gewinnen kann. Sehr, sehr gut für Fallen, etc. PP. Ich gucke jetzt hier mal rein, in die verbrannte Seite. Was jetzt hier nochmal... Achso, R. Was jetzt hier nochmal steht. Benötigt. Stand das hier? Bestandteil Lianart. Diese braucht man. Die haben wir ja. Werden noch weitere Zutaten hinzugefügt. An Lianen haben es Dieplopterita bla bla bla. Blätter der Pflanze Psychotria. Und mehrere andere Arten. Aha, aha, aha. Jeder Schamane mischt seine Ayahuasca individuell zusammen. Aus dem unterscheidet sich die... Okay, alles klar. Egal welche Spezialisierung der Grundlage ist, immer diese Banister irgendwas. Die Kanister-Banister-Pflanze. Alles klar, U. Falsche Taste. Dann wissen wir, wo wir die finden. Beziehungsweise, dass wir die brauchen. Ich würde nochmal kurz gucken. Vielleicht wird sie euch auch angezeigt. Aber ich glaube nicht, ne? Oh Gott, es ist duster. Erforderliche Gegenstände. Kleines Feuer. Okay, das können wir ja auch noch bauen. Das können wir ja schon mal bauen. Aber ich kann hier auch nicht... Wie geht denn das? Kann ich... Wie funktioniert denn das überhaupt? Gute Frage. Nächste Frage. Muss ich erst das Feuer machen und dann kann ich hier was reinpacken? Oder muss ich hier Wasser reinmachen? Hier ist doch so ein Punkt. Da kann ich doch was draufsetzen. Oh je, wie geht denn das doch gleich? Na, hätte man sich auch mal informieren können. Nein, pappelapapp. Hätte man nicht. Denn wir spielen ja hier sozusagen blind. Äh, wie kann ich nochmal bauen? Ach Gott, ich will schon wieder zu lange raus. Hier, N. N wie Bauern. Klar, logisch. Was auch sonst. Ähm. Sind das hier die Koordinaten? Fangen wir gerade an. 46 West. 26 Süd. Ich glaube, ne? So. Kleines Feuer. Ach, gucke mal. Das batscht da direkt an. Perfekt. Jetzt ist auch schon Wasser drin. Sehr schön. Na, dann können wir das ja schon mal ein bisschen füllen. In Fülle und Hülle mit Holz. Haben wir noch eine Axt bei? Haben wir die Knochenaxt. Und was ihr auch geschrieben habt, ist, dass die Rüstung, umso öfter ich sie baue, so besser wird sie, ne? Das ist eine klasse Sache. Irgendwann haben wir sie dann vielleicht auf Maximum. Das klang irgendwie an. Ne, das ist ja hier diese. Mhm. Ich weiß, ich weiß. So, wir können jetzt hier nochmal kurz ein bisschen hacken, bis es hell wird. Dann essen wir, trinken wir nochmal was. Und dann müssen wir mal los, weil ansonsten wird es ja schon wieder dunkel. Wir wissen ja, was wir brauchen. Das können wir dann ja schon mal holen. Oh, guck mal. Jede Menge Stock. Stock und Stein und Stock. Hallo? Stock. Ist da was gekrabbelt? Aber man sieht halt so wenig, ne? Können wir auch mal sammeln. So. Dann müssen wir, glaube ich, zu diesem Wasserschwein, ne? Da war, glaube ich, dieser Baum mit diesen komischen Banisterpflanzen. Diese da. Die wir dann nicht ablegen dürfen. Also eigentlich holen wir die wahrscheinlich am Schluss. Oder können wir die Zutaten eigentlich... Ach, kleiner Stock brauchen wir, verdammt. Können wir die Zutaten eigentlich jetzt schon reinpacken, wenn wir sie denn haben? Ich glaube, oder? Können wir noch einen sammeln? Weil das würde die Sache ja ein bisschen vereinfachen, ne? Kleiner Stock. Oh Gott. Noch mehr kleine Stöcker. Ganz ehrlich, am liebsten hätte ich jetzt irgendwie einen Angriff von so einem T-Ger. Dann wüsste ich, dass es erledischt ist. Ne? Ich glaube, zwei Tigerangriffe kommen nicht hintereinander. Und wenn ich Tigerangriff meine... ...sage, dann meine ich natürlich... ...en Jaguar-Angriff. Zwei Stöcker brauchen wir noch. Das schaffen wir, ne? Das ist ja... Guck mal, das ist noch früh. Aber so um 8. Sollten wir schon loslaufen. Denke ich mal. Äh, Stock. Den da kann ich irgendwie nicht sammeln. Okay. Dann probiere ich es mal mit dem hier. Der ist groß. Dann sammeln wir den mal. Der macht ja ein paar kleine, glaube ich. So. Ja, woher sollten wir denn jetzt wissen? Welche zusätzlichen Zutaten wir da noch reinmachen? Kriegen wir dann auch vielleicht Hinweise? Weiß ich nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Wir machen jetzt erstmal hier das Feuer dahin. So, guck mal. Hergestellt kleines Feuer. Zeremonielle Schüssel. Erforderlicher Gegenstand kleines Feuer. Das muss wahrscheinlich erstmal brennen. Und dann kann man wahrscheinlich die Sachen reinpacken. Okay. Das machen wir jetzt definitiv nicht. Ähm. Wir haben 23 von 50 Gewicht. Wir haben zwei Knochenrüstung dabei. Wir haben Ascheverband. Ein Blattverband. Eine getrocknete Blume. Trockenes Blatt. Fischgräten. Großkatzenreißzahn. Knochennadel. Jede Menge Fleisch. Wasser. Bananen. Das sieht doch ganz gut aus. Was ich ja gerne hätte, was gegen Vergiftung. Aber das haben wir ja immer noch nicht geschafft, ne? Also gegen eine äußere Vergiftung. Können wir hier mal ein Stück essen? Brauchen wir überhaupt was zu essen? Nö. Eigentlich nur trinken, ne? Dann können wir los. Den Rest haben wir bei. Perfekt. Komm, dann trinken wir hier nochmal aus der Schale. Ich weiß, ähm. Ich sollte Knochenwasser. Äh. Eine Knochensuppe herstellen. Und wir schlafen nochmal für Energie. Ja, komm. Das hätten wir. Wir schlafen nochmal kurz, dass wirklich alles voll ist. Ganz kurz hier. Nicht lang, nicht lang, nicht lang. So, zack. Das reicht. Jetzt speichern wir nochmal kurz. Auf der Eins. Und jetzt geht's los. Diese Dinger bringen doch Energie, ne? Ja, genau. Perfekt. Dann können wir die mal essen. Dann machen wir damit unsere Energie voll. Achso. Ne, nicht die Energie. Die Gesundheit brauchen wir. Was fehlt denn dafür jetzt noch? Ah, schon wieder was trinken. Na, komm her. Nein, nicht verschütten. Trinken. Trinken. Und was war noch? Was fehlt noch? Ja, ein bisschen fett vielleicht. Okay, das reicht. Wir sind schon deutlich geschwächterlos gelaufen. Wo ist die Minimap? Hier. Wir müssen zu Lambda 2. Das liegt von... Ah, ich kann ranzoomen. Liegt hier komplett. Einmal rüber. Beziehungsweise müssen wir hier so ein bisschen hier oben lang. Also Richtung, wat? Richtung Osten. Perfekt. Osten war doch gleich wo? Boah. In die Richtung. Let's go, Freunde. Ich bin ja mal gespannt, was das hier wird. Gehen wir hier diesen kleinen Weg entlang. Ist hier ein Stein? Großer Stein. Den nehmen wir natürlich mit zurück, weil wir müssen ja noch unser Feuer da fertig bauen. Ähm, weit sind wir gekommen, ne? Weit sind wir gekommen. Richtung Lambda 2. Ast rein. Was donnert denn hier so? Gewitter? Das habe ich ja in dem Spiel noch gar nicht gehört. Ach, gucke mal. Es regnet nicht mehr, aber es donnert. Oh, das ist ein Echt. Ne, das ist im Spiel. Aber es passt doch gar nicht. Naja, gut. Nicht ablenken lassen, Bolle. Jetzt hört man die ganzen Geräusche wieder, ne? Finde ich ja nicht so geil. Das hier ist, glaube ich, die Superliane, ne? Banistropies Liane. Muss man auch mal richtig aussprechen. Banisteriopsis. Okay. Ähm, die ist also direkt hinter der Zeremonieschüssel. Das hier wunderbar. Da hinten ist ein Wasserfall. Ihr habt geschrieben, da kann man gut drin duschen. Wenn ich gar nicht duschen möchte. Ist das hier Tabakpflanze? Was ist das doch mal? Die rote, die rote, die rote Blattzeug. Unbekannte Blume. Keine Ahnung. Kann man daraus ein Verband machen? Ach Gott, ich weiß es doch schon nicht mehr, Freunde. Nö. Nö, kann man nicht. Gut, dann halt nicht. Ist ja auch wurscht jetzt. Brauchen wir auch keinen Verband. Wir sind ja hier bei Bolle, der Super Survivor. Der braucht ja keinen Verband. Wer verletzt sich ja nicht? So. Attacker, attacker. Müssen wir hier schon rüber? Oder gehen wir erstmal hier oben lang? Ich glaube, wir sind hier oben lang gegangen, ne? Ach ja, wie schön. Das ist wieder das Warzenschwein da unten, was uns letztes Mal schon so erschreckt hat. Ich bin aufgeregt. Ich muss sagen, die Aufregung ist jetzt etwas geringer geworden. Oh, guck mal. Flusskrebse. Oh, Krebsi. Die ist schön. Guck mal da. Guck mal da. Das erinnert mich an die gute alte WG-Aquariumzeit, wo wir so ein fettes 380 Liter Aquarium hatten. Und dann hat mein Mitbewohner gesagt, ach komm, wir setzen da mal einen schönen Flusskrebs rein. Ja, und der Flusskrebs hat dann die ganzen Pflanzen. Schnipp, schnapp, Pflanze ab. Also, überlegt euch das gut, bevor ihr Flusskrebse in euer Aquarium steckt. Oh, guck mal, die bringen viel. Die bringen viel. Yummy, yummy. Okay, wir müssen ein bisschen weitermachen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich rechts, ne? Das sind diese Flussschweine. Ich gehe mal hier auf den Stein drauf. So, hier habe ich alles im Blick, Freunde. Alles im Blick. Hier ist ziemlich viel, was keucht und fleucht. Aber ich glaube, das ist alles harmlos. Die tun uns alle nix. Nehmen wir jetzt auch nicht mit. Wir gucken mal, wir haben ja hier keinen Standort, ne? Hä, das ist ja blöd. Wir sind Richtung Osten. Wir sind jetzt ja hier irgendwo. Wieso haben wir denn keinen Standort? Das ist ja blöd. Oder, warte mal, doch, doch, haben wir doch. Haben wir doch hier. 44 West, 25 Süd. Ah! Wie viel? 44 West, 25 Süd. West ist das hier, ne? 44 West. Hier. 25 Süd. Da sind wir. Das heißt, wir müssen einfach weiter Richtung Osten. Und dann hier ist wahrscheinlich so ein Berg. Da müssen wir einmal rum. Also jetzt über den Fluss rüber. Freunde, let's go. Wollen wir da oben lang gehen? Da sind wir, glaube ich, sicher. Sicher vor Dingenskirchens. Kommen wir überhaupt hoch? Dann haben wir nicht irgendwie so ein Kacke-Ding. Haben wir Steine dabei? Brauchen wir Steine? Aber wir finden schon Steine, falls wir welche brauchen. Wow. Okay, merke dir, hier findet man Steine. Wow, das klappt ja richtig gut, nicht ins Wasser zu gehen. Ach. Na komm, wir gehen hier einfach durch. Hier ist so ein... Ah, da ist ein Rochen. La 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 la. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Dankeschön. Müssen wir uns untersuchen? Nein. Oh, was sind das für Geräusche schon wieder? Mann, macht mich das alles wild hier. Bananas? Nehmen wir mit? Na, ich würde gerne irgendwo lang gehen, wo ich was sehe. Larven kann man immer mal mitnehmen. Vielleicht müssen wir mal was entlarven. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es jetzt sinnvoll ist, lang zu laufen. Versuch mal hier. Mein Glück. Ein Pelikan. Kein Platz mehr. Hm. Mal gucken, wo wir jetzt sind. 43. So, Richtung Osten. Wir müssen mehr in die Richtung. 43. 25. 43. 25. Wir sind hier... Doch, doch, wir sind richtig. Wir müssen einfach weiter Richtung Osten. Wir bleiben jetzt mal auf der Seite. Mal gucken, ob wir hier lang kommen. Bisschen schöner Waterfall. Hi. Aha, aha. Ja, Energy-Pilze. Das ist das Pendant zum Red Bull hier. Bin wir jemals wieder zurück? Na ja, gut, wir haben jetzt ja Navigations-Skills, ne? Also eigentlich müsste es ja kein Problem mehr sein. Dürfen wir die Uhrzeit nicht aus dem Auge verlieren. Na, ist noch genug Zeit. Osten. Wir müssen weiter dahin. Ah, verdammt. Wir hätten hier auf der Seite bleiben müssen. Dann hätten wir hier schön hochlaufen können. Na ja, das können wir immer noch machen. Hup, einmal hier rüber. So. Und jetzt schön hier hoch, ne? Oh nein, jetzt kommt wieder Unwetter. Nein. Mal gucken, ob hier alles safe ist. Scheinbar. Was ist denn das da? Da hängt doch irgendwas runter. Was hängt denn da runter? Mit einer Kletterstelle. Ei, ei, ei. Erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Ah, cool. Erforderlicher Gegenstand Wurfhaken. Okay. Den finden wir schon. Den finden wir schon. Ah, das erinnert mich echt so ein bisschen an Forrest. Mein Tagebucheintrag. Mhm. Wo ist Mia? Wo ist das Dorf? Aha, aha, aha. Entzünder. Ach, guck mal, hier steht es ja auch. Entzünder ein Feuer unter einer... Sammelt Zutaten und wirft sie hinein. Ach, erst mal nur das hier. Die Anstrahlung. Ach, gucke mal. Wenn man liest, dann wird ja alles erklärt. Sammelt die Zutaten und wirft sie hinein. Hier steht doch alles. Lambda 2, was soll man auch sein, Marc, ist auf dem Hügel. Ich brauche die Kletterung. Ach so, okay. Ah. Das heißt, wir... Ah, ah. Überprüfe den Ort. Mhm. Suche, erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Das heißt, wir sind jetzt schon quasi da und kommen gar nicht weiter dahin. Mensch, lesen hilft, Bolle. Weil hätte ich jetzt nicht gelesen, wären wir jetzt hier weitergelaufen und hätten die ganze Zeit Lambda 2 gesucht. Guck mal. Guck mal da. Easy. Peasy. Wahnsinn. Ja, was machen wir denn nun? Wurfhaken suchen. Das heißt, wir müssen einfach weiter umher üren. Üre sind wir ja schon. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch weiter umher. Perfekt. Ziehen wir hin. Kriegen wir hin. Ich würde tendenziell vielleicht dann auch schon eher wieder zurück und die Zutaten in die Schüssel knallen, ne? Können wir ja mal machen. Haben wir uns doch verdient jetzt hier nach so einem anstrengenden Tag. Ich mag das hier oben. Hier oben fühle ich mich sicher. Sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Ich glaube, vor allem, wenn wir hier runterfallen, ist vorbei mit Sicherheitsgefühl. Gibt es hier auch einen Paraglider oder so? Nicht voll cool. Hier so eine Base zu bauen wäre nice, ne? Na, ich komme leider nicht mehr zurück. Okay, wir versuchen mal. Ja, zurückgehen macht ja eigentlich gar keinen Sinn, ne? Wo kommen wir denn hier noch so hin? Wir können ja mal hier so ein bisschen. Wir können ja mal hier so lang gehen und dann da wieder zurück. Also, wir gehen jetzt Richtung Norden und dann mal hier so entlang. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Von der Zeit her. Norden ist da. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwie runter. Nehmen wir den schnellen Weg mit Knochenbruch? Ne, besser nicht, ne? Wir nehmen nicht den schnellen Weg, Freunde. Macht's aus dem Walde. Guck mal, mittlerweile spazieren wir doch hier richtig easy peasy durch den Dschungel. Wer sagt's denn? Na, ihr habt's gesagt. Ihr habt's gesagt. Na, mal gucken. Die nächste Vergiftung kommt schon, Freunde. Da bin ich ganz sicher. Und wir haben halt da auch immer noch nichts gegen, ne? Das ist ja auch, muss man auch mal gesagt haben. Das Einzige, was uns vor Vergiftungen derzeit schützt, ist unser Speicherpunkt, der letzte. Brauchen wir nicht. Hau ab. Mach dich vom Acker. Da, Nüsse, Nüsse, Nüsse. Gute Nüsse. Wisst ihr, was wir jetzt gleich mal machen? Wir sammeln gleich mal ne Nuss. Kann man gar nicht? Achso, ich dachte, man kann ne Nuss sammeln und kriegt dann Nusssamen. Vielleicht ist die Nuss ja ihr eigener Samen, ne? Weil wir wollen ja auch Beete bauen und den Kram mal anpflanzen. Das hier sind die gegen, gegen Parasiten, ne? Nehmen wir auch mal mit. So, weiter Richtung Norden. Mal gucken, wie weit wir kommen hier. Lalalala. Wahrscheinlich gar nicht mehr weiter, oder? Da ist ne Höhle. Ach, Norden ist ja da. Da ist ja ne Höhle. Wollen wir da mal rein? Neuer Ort entdeckt, Freunde. Ne Höhle. Wollen wir da rein? Wir finden da in der Höhle den Kletterhaken. Das ist bestimmt gefährlich, ne? Ist gefährlich. Skorpion nehmen wir mit. Ich will nicht. Ne Eisenader. Ah, verdammt. Wir brauchen... Es gibt dann doch ne Spitzhacke, ne? Die haben wir nicht. Knochenaxt. Die haben wir nicht. Die müssen wir noch bauen. Haben wir hier Steine? Haben wir Steine bei? Haben wir auch nicht. Dann ist das doch die Hacke. Wo geht's hier hin? Nirgendwo. Ich glaube, hier soll man nicht weiter. Ich glaube, das ist nur schon... Wow, das ist ja eine krasse Höhle, Freunde. Richtig krasse Höhle. Was wir mal gesagt haben hier. Gut, nehmen wir mal wieder hier... Das Ding in die Hand. Wie wär's mal mit einem Stein? Ist so ein Fluss. Hier musst du auch Steine geben. Hier. Den sammeln wir. Und daraus können wir uns, glaube ich, so eine Hacke bauen, ne? Bei Steine. Die ist jetzt nicht gut, aber besser als gar nichts. So herstellen. Stock. Wie ging das? Stein. Stein, Axt. Wir können ja mal hochgucken, oder? Wo geht denn das? Wo geht denn das? Richtig falle. Seil, Stein, Axt, Hackel, Axt, Steinsperrbogen, noch ein Axt. Haben wir noch gar nicht gebaut, aber es gab noch Hacke. Ich habe das doch schon gesehen, eine Hacke, aber wie wie denn das? Und die Seil haben wir natürlich auch nicht dabei. Können wir denn aus dem Stein nicht auch ein... eine Steinklinge? Brauchen wir die vielleicht? Schau mal. Steinklinge, wo ist Lutz? Hier, ne? So, ah, guck mal, die können wir mit irgendwas herstellen. Na, das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich Seil und dann noch irgendwas anderes, aber was wir vor allem gerade mal brauchen, ist den Weg zurück, weil sonst wird es dunkel. Das können wir uns ja merken fürs nächste Mal. Tja, dann ist unsere Erkundungsreise jetzt ja schon zu Ende. Aber wir haben auch einiges entdeckt hier heute. Na, jetzt würde ich aber schon gern mal einen Abflug machen, weil es ist bald dunkel. Wow, was war das? Ameisen? Ist immer gut, wenn man ohne sich umzuschauen durch den Dschungel läuft. Oh, es wird schon dunkel. Wir brauchen unbedingt mal eine Taschenlampe, Freunde. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir sind hier, wir müssen nach Westen und dann leicht nach Süden. Da gibt doch nur diese Richtung hier. Westen und dann leicht nach Süden. Oh, komm, 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 komm. Jetzt bei Dunkelheit muss ich das echt nicht haben. Coole Pflanze. Brauchen wir bestimmt auch. Habe ich mal vielleicht mitnehmen sollen. Habe ich aber nicht. So eine Lion nehmen wir auch mal mit. Also, wir merken uns für die nächste Folge, dass wir ganz, ganz dringend so eine Axt brauchen, so eine Hacke. Vielleicht kann man mit der Hacke doch auch Steine kloppen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sonst würde das auch irgendwie heißen, es gibt ja Eisenader, dann gibt es wahrscheinlich eine Steinader oder so. Ach, guck mal, hier geht es schon nicht mehr weiter. Dann müssen wir jetzt hier wahrscheinlich nur noch entlang zurück, ne? Passt das? Ja, Südwesten. Dann sind wir wahrscheinlich auch gleich schon zu Hause. Hoffentlich. Fluss, ja, Fluss haben wir ja schon überquert. Nüsse nehmen wir auch mit. Ach, schön. So, eine Nuss, zwei Nuss, drei Nuss. Gibt jetzt ja auch wieder überall diese Nussknacker, ne? Diese, diese aus dem Schwarzwald oder was? Dieser Weihnachtsnussknacker da, den man immer überall sieht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Bestimmt wisst ihr das. Oh, guck mal, wo geht es denn hier hin? Aha, hier waren wir auch noch nicht. Oh, guck mal. Uiuiui, was ist das für eine Zeichnung? OT, das ist der OT-Geber vom Volvo. Der OT-Geber. Wer weiß, was ein OT-Geber ist vom Volvo? Ich weiß es nicht, aber, ähm, also ich weiß nicht, wer das von euch weiß. Ich weiß auch nicht genau, was der OT-Geber ist. Ich weiß nur, dass der ab und an mal kaputt ist. Ah, ich hab auch keinen Volvo mehr. Na, ist ja egal. Das hier ist, ähm, ein anderes OT. OT. Und ich glaube, das hat was mit der zeremoniellen Schüssel zu tun. Ja, das sind, glaube ich, diese, diese verborgenen Durchgänge, die sich dann einem eröffnen, wenn man, ähm, diese Zeremonie macht. Dann gehen die Steine auf. Gucke mal hier, wir erkennen doch unsere, unsere Base sofort anhand des Bugs. Perfekt. Steht da noch alles? Ja? Keine Ureinwohner, alles platt gemacht? Nein? Chillig. Was ist das da? Wasserschwein, oder was? Ja. Chili, Vanilli. Perfekt. Perfekter Tagesausflug. 18 Uhr. Höchste Zeit zu speichern. Ich speichere mal wieder auf der 1. Ja, uns geht's doch gut. Uns geht's doch gut. Vielleicht sollte man sich nochmal untersuchen. Warte, kann ich auch nicht mit U direkt zu untersuchen? Einmal Rüstung verbergen, bitte. Ach, gucke mal. Da saugen sie an unserer Gesundheit. So, dann speichern wir nochmal auf der 1. Denn das soll's dann jetzt erstmal gewesen sein. Für die nächste Folge merken wir uns Axt bauen und nochmal losdonnern. das Eisen ernten. Vielleicht können wir ja auch endlich mal Nussbaum hier irgendwie pflanzen und ja, dann weiter erkunden, bis wir diesen Wurfhammer da finden. Wie heißt das? Ne, ich weiß schon, was ich meine. Dem Wurfhammer halt. Ach, hier, guck mal. Wir haben noch einen Tagebucheintrag. Hier, das hier. Kletterausrüstung. Das brauchen wir. Hier, da. Spuren von Eingeborenen. Sie benutzen kein Alphabet, sondern einfache Zeichnungen. Einfache Zeichnungen. Nein, sondern einfach Zeichnungen. So. Mia könnte mir beim Übersetzen helfen. Ja, aber Mia ist nicht da. Der Wind heult. Ist etwas hinter dem Felsen? Aha. Ja, wir können ja mal durchlunzen, ne? Da konnte man, glaube ich, an der Seite durchschauen. Ja, sieht cool aus. Vielleicht hätte man die Zeichnung sich ja auch mal angucken können, ne? Ist das vielleicht diese Zeremonieschale? Na, wir werden das nochmal in Ruhe machen. Jetzt mussten wir halt mal durchziehen, weil es wird Nacht, ne? Wie ihr gesehen habt. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, das Speichern abzuspeichern. Sonst wissen wir in der nächsten Folge gar nicht, dass wir gespeichert haben. Also speichern wir nochmal zur Sicherheit ab. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Bolle. Ciao, ciao.